Hallo und herzlich willkommen zum Wetter hier bei wetter.net. Ja, die Gewitter gestern haben wieder ordentlich zugeschlagen. Besonders stark wurde ja die Stadt Wuppertal getroffen. Aber auch in Aachen liefen zahlreiche Keller voll. Stellenweise kam der Regen wirklich sturzflutartig vom Himmel. Und es fiel 80 bis 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Ja, auch in den nächsten Tagen, da geht es sehr gewitterlastig weiter. Und in vielen Regionen haben wir jetzt hier auch noch ein langes Wochenende. Denn Fronleichnam, der Donnerstag, ist vor allen Dingen in der Mitte und im Süden des Landes ein Feiertag. Und dann steht ab Freitag auch noch das große Open-Air-Festival Rock am Ring auf dem Plan in Rheinland-Pfalz. Und auch da könnte es teilweise kräftige Gewitter und eben auch Unwetter geben. Schauen wir uns mal die nächsten Tage etwas genauer an. Am Fronleichnamstag gibt es vor allen Dingen hier im Westen neue Schauer und Gewitter. Und die können dann im Tagesverlauf wieder sehr stark ausfallen mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. Und es kann auch wieder zu Sturzfluten kommen. Die Temperaturen erreichen 26 bis 34 Grad. Die höchsten Werte gibt es hier im Nordosten. Und dort wird der Tag auch am freundlichsten ausfallen. Auch am Freitag gibt es weitere Schauer und Gewitter. Dann vor allen Dingen in der Mitte und im Süden. Es kann heftigen Starkregen geben, teilweise mit Regenmengen um 50 bis 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Es bleibt weiterhin sehr warm mit Temperaturen zwischen 23 und teilweise 33 Grad im Osten. Ja, auch der Samstag bleibt noch unwetterlastig. Es gibt vor allen Dingen im Westen, später auch im Nordosten immer wieder Schauer und Gewitter. Dazwischen kann auch mal kurze Zeit die Sonne scheinen. Die Temperaturen erreichen am Samstag maximal 22 bis 32 Grad. Die höchsten Werte gibt es weiterhin hier im Osten. Ja, wie geht es Richtung Sonntag und in der neuen Woche weiter? Insgesamt wird es zwar etwas kühler, aber es bleibt weiterhin doch sommerlich warm. Teilweise auch hochsommerlich mit Temperaturen von 30, 31 Grad. Der Sonntag bringt vorübergehend eine Gewitterpause. Und die Temperaturen erreichen dann recht angenehme 20 bis 27 Grad. Doch schon am Montag und Dienst, da gibt es vor allen Dingen hier im Süden neue Schauer und Gewitter. Und auch teilweise wieder neues Unwetterpotenzial. Im Norden dagegen, da gibt es Sonne satt. Wetter fast wie auf Mallorca. Und hier ist es eigentlich durchweg trocken. Schauen wir uns nochmal die Gewitter am Fronleichenamstag und am Freitag ein bisschen genauer an. Auf der Modellwetterkarte. So sieht die aus am Donnerstagmittag. Und dann sehen wir hier weit verbreitet Gewitterzellen, die sich bilden. Und irgendwo dort wird es auch wieder Unwetter geben. Aber heute können wir das noch nicht genau vorhersagen. Denn kräftige Gewitterzellen, die kann man erst dann weiter vorhersagen, wenn sie sich gebildet haben. Und dann kann man auch erst punktgenaue Unwetterwarnungen ausgeben. Auch am Freitag gibt es weitere Schauer und Gewitter. Und vor allen Dingen immer wieder auch Starkregen. Und es trifft auch hier Rheinland-Pfalz dort, wo dann der erste Tag von Rock am Ring stattfindet. Das heißt, es kann auf diesem Festival wieder ganz schön gefährlich werden in Sachen Unwetter. Mit diesen Aussichten noch einen schönen Tag. Tschüss, bis bald.